Was ist denn das für ein Spiel? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. In dem Game geht es quasi darum, man malt etwas, das Ganze wird zu einem GIF gemacht und dann muss man quasi erraten. Stille Post quasi, aber mit dem, was man quasi sieht. Versteht ihr? Also ja. Hallo? 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 Also, ich zeige euch mal ganz was. Quasi seht ihr das hier? In dem Game geht es darum, hier ist ein Satz. Hier stand jetzt oben eine Schere, schneidet ein rotes Band, Baso die Haare, Baso schneidet sich die Haare ab. Und dann geht das halt immer weiter quasi. Es wird halt immer weiter entfremdet. Und das ist super schwierig für jemanden wie mich, der überhaupt nicht deuten kann, was dabei rauskommen soll. Aber ich sehe mich darin, ich habe Bock. Also wir gehen jetzt mal mit rein. Let's go. Äh. Okay. Muss ich das selber dann auch erstmal malen? Nee, ne? Nee, nee, nee. Du bist nur einmal in jeder Kette drin. Ah, okay, okay, okay. Telefon klingelt? Telefon. Okay. Bitte? Wie viel Zeit habe ich? Wo im Rechts siehst du das? Boah, ist das ein schweres Spiel. Ich glaube, man kann es sogar erkennen. Ich finde, ich habe das sehr gut getroffen. Ich habe die Hälfte. Was bin ich sehend? Das ist mega gut gemalt, aber... Hä? Das habe ich erraten. Das ist ganz klar. Boah, das war echt gut gemalt, glaube ich hier. Damn, wer kann so gut malen? Nein, oh... Was? 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 Hä? Ich finde es super. Nein! Oh, das wird niemand denken. Was? What the f***ing hell. Ich dachte, wer hat mir das gemacht? Was zur Hölle, Leute? Was? Also, Digger, das ist ja wirklich eine Unverschämtheit. Hier fühlt sich gleich jemand beleidigt, da bin ich mir sicher. Oh, ich habe richtigen Krampf in der Hand. Was? 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 Was ist das denn da? Das ist ja gar nicht. Was? Das ist ganz, ganz verwirrend. Okay. Ich bin so gespannt. Gut. Bei mir war sehr viel mit Kot und so. Es war ganz komisch irgendwie. Ganz seltsam irgendwie. Ja. Revy sinkt nackt auf Basos Geburtstag. Ach so, klar. Natürlich. Was? Wer ist das da rechts? Der Satan. Sanbukus sinkt ein Ständchen für Baso, die sich auflöst. Was? Ich wusste nichts mehr. Was? Das hat komplett on fire, aber. Was? Ich würde schreiben, Baso füchst mich. Aber. Ich bin mir völlig geholen. Ach so. Ach so. Fischkopf brennt, aber alles. Super. Ja, Digga. Keine Ahnung. Aber alles super. Aber alles super, oder? Fischkopf brennt, aber alles super. Fischkopf brennt, aber alles super. Ach so soll... Oh, nee. Was? Oh, wie süß. Oh. Okay, das ist gut. Das ist gut. Fischkopf füttert blutige Bulette an Fischkopf. Yo. Was? Fischkopf haben Bock. Jetzt nimm das bitte nicht persönlich, okay? Nimm das jetzt nicht persönlich. Oh, wo ist die Seite? Fischkopf kriegt Rotanfall in Ikea. Was? Oh mein Gott, wie ist denn? Fischkopf ist höchst unzufrieden mit Ikea. Höchst unzufrieden. Fischkopf ist in Ikea und sehr sauf. Oh, wieder Ikea, ey. Ja. Ich weiß, was ich hier im Ikea-Eck hat. Nice. Oh, Papo, Alter. Fischkopf schreit Ikea an. Och, Mann, war so. Guck mal. Revi zieht nen Hologlurak, während er Pizza... Oh mein Gott. Oh, das ist ganz wild geworden. Das ist ganz wild geworden. Ich hab mich selber versucht zu machen. Hey, ne Pokémon-Card, ist doch klar. Revi hat ein Pizza-Placement über 10k. Was? Nur 10k? Werbung. Revi ist ein Salami-Pizza für 10.000 Euro als Werbung. Ich bin Vegetarier. Revi gott sich Pizza-Placement im Ha-Ha-Lecker. Revi hat ordentlich Druck auf dem Klo. Alter, warum? Ich wusste einfach nicht, wohin. Kutscher kackt auf einen Teller, während er auf dem Klo beckt. Das hab ich jetzt gemalt. Das tut mir voll leid. Warum hab ich den roter Haken? Der Schmuren hat verstopft. Dieter Revi. Was? Etchirren hat Verstopfung. Stark. Fischkopf wird festgenommen wegen Nacktheit. Fischkopf. Dieser Pipi, Mann. Nackter Fischi wird festgenommen von Po. Von Po? Was? Was? Fischkopf zieht blank und muss in den Knast. Vollem Nackter- Ich war voll in den Zeichen. Er wird von Po. Fischkopf kommt in den Knast. Weil er öffentlich gepinnt hat. Ey, was ist denn das? Was ist denn das für ein Spiel? Äh. Was ist denn das für ein Spiel? Was ist denn das für ein Spiel? We stand, we stand, we stand. Oh Gott. Was? Spielbillchen. Oh, Junge, Junge, Junge. Was war das denn jetzt hier? Der Hulk frisst Erdbeertorte. Ich glaube, das ist halbwegs okay geworden, natürlich nur. Hulk isst Karotte mit Erdbeere drauf. Hulk isst eine Möhre. Ich finde, ich finde, der ist sehr gut geworden, mein Hulk. Der sieht so dumm aus. Flask und Kutsche als Schnecken, die Salat essen. Du warst das. Ja, ich wusste auch nicht, was mir da passiert ist. Naja. Flask und Fili sind Schnecken und knabbern Kohlen. Kohlen nicht geschafft. Oh, voll gut. Flask und Kutscher sind heiße Schnecken. Naja. Ich habe das auf jeden Fall nicht, ich habe das nicht falsch verstanden. Schnecke Kutschka liebt Schneckenbezos. Osterhase kriegt Tollwut und ist Weihnachtsmann. Der hat auch Tollwut halt, ne? Killer Osterhase ist Bein vom Weihnachtsmann. Oh, ja, ja, ja. Ja, Killer Hase. Hase erschlägt Weihnachtsmann. Was? Weiß ich jetzt, ja? Zonk. Zonk. Osterhase bonkt den Weihnachtsmann tot. Bonkt. Meine Oma fährt im Hühnerstallmotor. Oh nein, ich habe es komplett falsch gesehen. Oh nein, ich habe es komplett falsch gesehen. Die Augen des Bildes in seinem Tesla. Oh nein, ich habe es jetzt schon weit. Oh mein Gott. Ed Sheeran überfährt zwei Frösche. Was für das Ding ist, es ist nie Ed Sheeran, es ist nie Ed Sheeran. Matteo wird in Duisburg umgebracht. Was? 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 Sareb stirbt. Ich dachte, bei der Schupe ist er noch stehen. Not. Cowboy hat Stern im Körpfe. Im Körpfe? Basu kackt auf den Bürgerstein. Was ist denn mit dir? Warum? Es kam vom Chat. OMG cute. Wie willst du denn denn? Du musst deinen Kotwürfeln. Boah! Boah! Boah, ist das ekelhaft! Basu isst Schokolade. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Let's go! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Sie grünen. Lecker. Sie sch*** auf den Bürgerstreikwürze! Sie isst Nüsse! Man kennt's. Ja, es hat sehr viel Spaß gemacht. Danke für die Einladung. Können wir gerne mal machen. Bis zum nächsten Mal.